Hi, ho und willkommen bei mir zu Hause. Heute zeige ich euch meine Nähhelfer, Nähgadgets, auf die ich auf keinen Fall mehr verzichten möchte, also die meinen Nähalltag bequemer und einfacher machen. Ich werde da nämlich auch immer noch oft darauf angesprochen, wo ich denn das her habe oder was ich da benutze. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es hier bei mir auf dem Kanal ein neues Video gibt und das passiert ein-, zweimal in der Woche. Alle Artikel, die ich euch heute zeige, habe ich auch in meiner Amazon-Liste verlinkt und den Link zu der Amazon-Liste findet ihr hier unter dem Video in der Infobox, wenn ihr nicht wisst, wie die Infobox aufgemacht wird. Dazu habe ich schon mal ein Video gedreht, das verlinke ich euch nun hier oben bei dem i. Und der Link zu der Amazon-Liste, der ist auch unter jedem Video immer verlinkt, also auch wenn es mal unter meinen Vlogs oder wenn es nicht um Nähhelfer geht, sondern wenn ich ganz normal nähe. Das heißt, egal unter welchem Video, ihr findet da immer den Link zu meiner Amazon-Liste und dieser Link ist dann auch immer aktuell, egal ob das Video nun schon zwei Jahre alt ist oder halt von heute. Ich starte auch gleich mit meinem absoluten Highlight, also etwas, was ich wirklich überhaupt nicht mehr missen möchte und zwar meine zwei großen Schneidematten. Mit denen kann ich nämlich meinen Esstisch komplett als Zuschneidetisch nutzen. Also 90 cm x 1,80 m ist mein Esstisch und die eine Matte ist 1,20 m x 90 m und die andere ist 60 m x 90 m. Das heißt, perfekt geeignet, um wirklich auch wenn man Kleidung oder so näht, dass man da genügend Platz hat für den Stoff. Es passt zwar nicht alles drauf, wie wir das neulich bei dem Ludolow-Kleid gesehen haben, aber zu 95 % kann ich alles an meinem Tisch zuschneiden und mein Rücken und meine Knie danken mir das auch, nämlich ständig auf den Fußboden umzukrabbeln und mir da meine Stoffe zuzuschneiden. Ähm, ne, ne, da bin ich doch schon froh, dass ich meinen Tisch habe. Einen kleinen Wehmutstropfen gibt es allerdings und zwar an der Stelle, wo die beiden Matten Stoß an Stoß aufeinandertreffen. Wenn ich da mit dem Rollschneider drüber schneide, wird der Stoff an dieser kleinen Stelle leider nicht durchgeschnitten. Da muss ich dann immer nochmal mit der Schere ran. Aber ich weiß es ja und kann es halt so beheben. Eben habe ich es schon erwähnt, ich schneide am liebsten mit dem Rollschneider. An unserem ersten Stichtag haben wir ja von Fiskars Rollschneider zur Verfügung gestellt bekommen und ich hatte Fiskars in der Nähbranche so gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich kannte sie von Gartenschneidegeräten und auch von Messern, aber halt nicht im Stoffbereich. Und seit ich den Rollschneider von Fiskars das erste Mal benutzt habe, habe ich ihn geliebt. Der liegt so schön in der Hand. Die haben auch verschiedene Modelle, also so mit ergonomischen Griff. Ich persönlich komme mit dem Standard sehr gut zurecht mit diesem ganz einfachen Rollschneider und den benutze ich dann halt auch ständig. Und natürlich auch die passenden Rollklingen von Fiskars, weil das ist ja das Herzstück vom Rollschneider. Es gibt nur so ein paar Stellen, an denen ich lieber die Schere benutze und zwar ist das, wenn ich Quadrate ausschneiden muss, also sprich, wenn ich so auf Ecke zuschneide, wenn ich da mit dem Rollschneider hingehe, dann schneide ich einfach immer drüber und dann in den Stoff rein, wo ich es halt nicht mehr haben möchte. Deswegen sind so die Ecken, also diese Bodenecken in den meistens Fällen, da nehme ich dann meine Stoffschere zur Hand. Und da ich halt meistens mit dem Rollschneider zuschneide, benutze ich dazu passend am liebsten meine Patchwork-Lineale. Ich habe drei Stück davon, einmal 15 x 15 cm, einmal 15 x 30 cm und einmal 15 x 60 cm. Und damit kann ich alle eckigen Schnittmuster aus dem Stoff ausschneiden, ohne dass ich vorher noch das Schnittmuster oder die Maße auf dem Stoff markieren muss. Das heißt, den Schritt kann ich mir dann nämlich dabei sparen. Beim Zusammenheften von Stoffen nehme ich am liebsten Stoffklammern, also da, wo man sie nehmen kann. Und da habe ich auch keine besonderen, die ich bevorzuge, sondern da habe ich Markenstoffklammern, genauso wie auch günstige. Die Markenstoffklammern halten schon etwas länger, aber halt auch nicht für die Ewigkeit. Bei manchen Stoffen ist es halt nur besser, wenn man da Nadeln benutzt, besonders so rutschige Stoffe, leichte Stoffe, viskose Stoffe. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt so ein bisschen in das Kleidungsnähen mit eingestiegen. Und da benutze ich am liebsten die Nadeln von Taylor Seville. Die sind zum einen schön spitz, verletzen den Stoff nicht, liegen gut in der Hand und man kann auch hinten über den Griff drüber bügeln. Also der Kunststoff ist bügelsicher. Ich meine, okay, das Bügeleisen gehört jetzt nicht zu meinen favorisierten Nähgadgets, aber ich gebe ja auch zu, bei manchen Nähschritten ist das Bügeleisen schon sehr hilfreich. Bei den Nadeln von Taylor Seville benutze ich am liebsten die, die hinten diesen breiten Griff haben. Das liegt einfach besser in der Hand, also die rollen nicht so zwischen den Fingern und dadurch kann ich sie halt viel einfacher im Stoff dann platzieren. So und dann kommen wir mal zu einem etwas kontroversen Thema in der Nähwelt. Die einen lieben sie und die andere sagen, oh mein Gott, wie kannst du das nur nehmen? Und zwar rede ich von den Friction Pens. Die gibt es in verschiedenen Farben und ich benutze sie wirklich gerne, um auf meinen Stoffen die Markierungen zu machen. Das Schöne dabei ist, das kann man dann halt, also diesen Strich kann man dann mit dem Bügeleisen mit Hitze wieder entfernen. Allerdings, ja und ich wurde darauf zig mal hingewiesen, wie auch jeder andere in der Nähwelt. Wenn es kälter wird, dann kommt die Markierung wieder. Also wenn ihr zum Beispiel, egal jetzt ob eine Tasche oder einen Anorak, wenn ihr da auf einer sichtbaren Seite eine Markierung machen wollt und die Sachen kommen dann halt, wenn es kalt draußen ist, mit raus, dann würde ich euch nicht empfehlen, den Friction Pen zu geben, weil die Markierung wiederkommt. Ich mache aber zu 95, 98 Prozent meine Markierung auf der linken Stoffseite. Das heißt, auch wenn da die Markierung wiederkommt, das sieht man hinterher nicht am Nähstück. Ich weiß, es gibt auch Markierungen, die man auf der rechten Stoffseite machen muss, wenn man zum Beispiel eine Tasche abnäht oder irgendwas absteppen möchte, aber dafür benutze ich dann gerne meinen Kreidestift. Nur benutze ich den halt nicht für alles, weil ich finde, dass der Kreidestift, wenn man da über Stoff geht, gerade wenn der Stoff etwas dehnbar ist, dass das dann nicht richtig malt. Also das funktioniert bei mir einfach nicht. Und die Friction Pens sind ja Filzstifte und die lassen sich halt viel einfacher über das Material bewegen. Und bei dünnen und dehnbaren Stoffen, da benutze ich am liebsten so einen Kreideroller. Da wird Kreidestaub über ein Rad auf den Stoff übertragen. Wenn ich da nämlich meinen Kreidestift einfach nur nehme, der stoppt und holtert und poltert einfach nur so über den Stoff und ich habe dann keine durchgezogene Linie. Dann auch gleich das nächste kontroverse Thema und zwar doppelseitiges Klebeband. Auch da gibt es das Lager, die sagen, nie wieder benutze ich das. Das hat meine Nadel so verklebt. Das hat mir den Stoff versaut und 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 und. Und andere, die dann sagen, ja das ist doch absolut hilfreich, weil der Stoff oder das Patch oder was ich auch immer kurzfristig fixieren möchte, bleibt an Ort und Stelle, ohne dass ich eine Nadel oder eine Klammer brauche. Gerade beim Taschennähen, wenn ich mit Kork oder Kunstleder nähe, da sollte man ja eh keine Nadel nehmen, um irgendwas zu fixieren, sondern Klammern. Aber wenn ich dann ein Patch mittig an der Tasche irgendwo anbringen möchte und die Stoffklammern dann halt nicht reichen, da ist das doppelseitige Klebeband halt wirklich hilfreich. Und ich versuche, auch immer in den meisten Fällen, es so an den Patch oder was ich gerne befestigen möchte, dran zu kleben, dass ich hinterher nicht unbedingt da drüber nähen muss. Das ist nicht immer zu vermeiden. Aber ich hatte allerdings noch nie Probleme damit, dass meine Nadel so verklebt ist, dass ich sie dann halt nicht mehr nutzen konnte. Ich habe auch schon mal einfach mit einem Tuch drüber gewischt oder aber die Nadel dann sowieso gewechselt, da gerade wenn man mit Kunstleder oder Kork näht, die Nadel ja nicht, wer weiß wie viele Projekte aushält, sondern durchaus auch nur mal eine Tasche und dann muss die Nadel eh gewechselt werden. Und da habe ich für mich seit kurzem die Plec Super Universal Nadel von Schmetz entdeckt. Die ist nämlich zum einen schön robust und hat auch noch so einen Anti-Clou-Effekt, dass halt Kleber nicht so einfach an der Nadel anheften kann. Aber wenn ihr nicht gerne mit doppelseitigem Klebeband arbeitet oder schlechte Erfahrungen damit gemacht habt, ihr müsst es ja nicht nehmen. Man kann ja auch so nähen. Ich finde halt nur an manchen Stellen erleichtert das einem das Nähen. Das Wendewerkzeug brauche ich zwar nicht täglich oder oft, aber wenn ich es brauche, dann möchte ich es auch nicht mehr missen. Was habe ich mich am Anfang abgemüht beim Wenden solcher schmalen Schläuche oder Träger? Und dann habe ich das erste Mal das Wendewerkzeug benutzt und habe gedacht, boah, ist das einfach und schnell und er spart mir so viel Zeit. Ja, man kann auch eine Sicherheitsnadel oder Strohhalm und Schaschlikspieß benutzen. Ich habe das ja früher auch mit der Sicherheitsnadel gemacht, aber mit dem Wendewerkzeug empfinde ich es doch als viel, viel einfacher. Und dieses Dreierset ist auch wirklich nicht teuer. Für alle, die das bügeln genauso wie nicht mögen wie ich, kommt der Nahtroller ja sehr gelegen. Aber auch für die, die gerne das Bügeleisen zücken, für die kann der Nahtroller hilfreich sein an manchen Stellen, wo das Bügeleisen nämlich nicht so gut hinkommt. Wie zum Beispiel, wenn man nahe vom Reißverschluss die Nahtzugabe umbügelt und halt aufpassen muss, dass man nicht auf die Zähnchen vom Reißverschluss kommt. Und da kann man einfach ratzi-fatzzi mit dem Nahtroller drüber rollen. Er ist schön leicht, griffbereit, man muss nicht extra ein Bügelbrett oder eine Bügelunterlage unterlegen. Und so hat man halt auch mal schnell eine Nahtzugabe einfach auseinandergerollt. Wenn ich viel Stoff habe, also eine große Stoffbahn, da benutze ich am liebsten diese Türstopper als Stoffbeschwerer. Sie haben schon einiges an Gewicht und durch die Gummisohle rutschen sie halt auch nicht hin und her und stehen halt auch so schön auf dem Stoff und halten ihn da, wo er bleiben soll. Bei Kleinigkeiten wie einem kleinen Schnittmuster, was ich auf den Stoff lege und der Türstopper dann einfach viel zu groß wäre, dass ich da dann nicht mehr drumherum mit meinem Rollschneider schneiden kann, da benutze ich dann gerne diese wundervollen Näh-Donuts, die mir die liebe Sonja gebastelt hat. Last but not least natürlich noch Stoffscheren. Und da benutze ich drei Stück. Eine kleine, um die Fäden abzuschneiden, eine große für die Stoffe. Und noch meine geliebte Zickzackschere, weil damit versäubere ich nämlich am liebsten die Stoffe. Das geht so schön schnell und einfach. So, das waren jetzt meine Favoriten. Aber denkt dran, meine Favoriten müssen nicht eure Favoriten sein. Und da sind mit Sicherheit Sachen dabei, mit denen ihr überhaupt nicht zurechtkommt. Und das ist auch gut so. Wir sind alle unterschiedlich und jeder sollte seinen eigenen Weg beim Nähen finden, wie er am meisten Spaß hat und am besten zurechtkommt. Und wie sage ich immer, viele Wege führen nach Rom. Wenn ihr das Video seht, ist ja das Nädels-on-Tour-Event schon vorbei. Ich nehme das Video jetzt am Freitag vorm Nädels-on-Tour-Event auf. Also ich bin schon ganz aufgerecht, sage mir in Hessen, freue mich aber riesig. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Montagabend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.